Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei uns im Gartengemüsekiosk im Alten Garten zum Thema heute Hochbeete effektiv bepflanzen. Vielleicht habt ihr die ersten beiden Videos zum Thema, wie kann ich mein Hochbeet effektiv das ganze Jahr über bepflanzen und beérnten schon gesehen? Falls nicht, schaut gerne mal in der Infobox vorbei, da findet ihr die Links zu den beiden Videos. Dieses dritte Video ist jetzt das Folgevideo und beim letzten stand ich auch schon hier unterm Carport und nicht am Hochbeet, weil wir Schneeregen hatten und ihr seht es jetzt selber, eigentlich habe ich mit Frühling gerechnet, aber im Moment gibt es halt noch eine Runde Schnee, deswegen stehe ich wieder hier. Ihr bekommt aber wieder viele Einblendungen, sodass ihr hoffentlich richtig motiviert seid, eure Hochbeete zu planen und ich hoffe, ihr könnt von dem Video wieder was mitnehmen. Die ersten beiden Hochbeete haben wir mit Pflanzen bestellt, wo ganz viele Starkzehrer dabei waren, also die die Erde wirklich beanspruchen in Sachen Nährstoffe. Und die folgenden Bepflanzungen, die Ideen, die wir euch gleich präsentieren werden, die zielen so ein bisschen darauf ab, auf die Fruchtfolge, dass sich die Hochbeete auch wieder regenerieren können, dass wir so einen Fruchtfolgewechsel haben. Klassischerweise kennen wir ja die Vielfelderwirtschaft, sogar denke ich mal aus der Schule und interessant an der Stelle ist sicherlich, wir haben die Erfahrung gemacht, dass in den Hochbeeten diese ganzen Prozesse viel, viel schneller ablaufen. Das Hochbeet ist generell wärmer und wenn ihr ein gutes Hochbeet habt, da lagern sich natürlich auch, ja das sackt immer ab, aber es sind auch viele Prozesse in Gang, deswegen funktioniert das viel, viel schneller. Das heißt auch so Fruchtfolgen müssen gar nicht so lange warten. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir die kürzer halten konnten und trotzdem erfolgreich Gemüse gegärtnert haben. Das sind unsere Erfahrungen. Vielleicht habt ihr damit ja auch schon Erfahrungen gemacht, dann schreibt ihr uns gerne in die Kommentare und an der Stelle möchte ich mich auch sehr bedanken für euer Feedback für die Kommentare unter den letzten beiden Hochbeet-Videos. Die beiden Pflanzideen, die wir euch jetzt gleich in diesem Video vorstellen werden, sind gedacht als Folgekulturen. Also wenn ihr euer Hochbeet zum Beispiel nach dem Plan aus dem ersten oder aus dem zweiten Video bestellt habt, dann ist es interessant zu überlegen, was kann im Jahr darauf eingepflanzt werden und genau da sprechen wir jetzt drüber. Gehen wir mal davon aus, dass wir ein Hochbeet haben. Das wurde das ganze Jahr über bepflanzt nach dem Plan, wie wir das im ersten Video vorgestellt haben. Also Salate, Radieschen, Buschbohnen, Gurken und dann eben auch die Wintersalate, sprich Posteleien und Feldsalat. Die bleiben ja dann den Winter über drin, bei uns auch bis in den März, können an frostfreien Tagen auch super beerntet werden. Und als nächste Kultur für dieses Jahr kommen dann bei uns Möhren und Zwiebelgewächse hinein. Konkret bedeutet das bei uns, dass Ende März, Anfang April die Möhren in Direktaussaat in die Erde kommen, im Hochbeet. Zur Aussaat von Möhren und zum Anbau von Möhren haben wir auch mal ein Video gemacht. Gibt es ein paar Tricks, haben wir hier oben nochmal für euch verlinkt. Und zu den Möhren passend sind natürlich gut geeignet die Zwiebelgewächse. Wir können entweder den Sommerpori dann einsetzen, den wir im Januar schon vorgezogen haben und da setzen wir dann im April die Jungpflanzen ein. Aber alternativ könnten wir auch Zwiebel nehmen. Zu Zwiebelanzucht haben wir auch schon mal ein Video gemacht. Ziemlich umfassend. Auch das verlinken wir mal hier oben. Da sind wir richtig ins Detail gegangen, wie wir das hinkriegen, dass wir bei uns richtig schön ernten können. Als Alternative zum Sommerpori oder zu den Zwiebeln könnten wir auch Steckzwiebeln setzen. Das ist durchaus möglich. Die gibt es ja auch in mehreren Farben. Und Jungpflanzen von der Lauchzwiebel wären auch eine richtig gute Idee. Ihr ahnt es schon, oder? Die Kombination von Möhren und Zwiebelgewächsen, die ist nicht unbekannt. Das ist ein Klassiker aus der Mischkultur. Die beiden tun sich gut und halten sich gegenseitig die Möhrenfliege und die Zwiebelfliege vom Leib. Und so haben sie ein gesundes Wachstum. Soweit die Theorie. Praktisch mag das auch bei vielen Standorten so funktionieren. Ich hoffe, das funktioniert bei euch. Bei uns funktioniert es leider nur eingeschränkt. Deswegen arbeiten wir bei uns dann noch mit einem Netz. Das heißt, über das Hochbeet kommen diese Bögen. Und da die Frage immer wiederkommt, auch gerne per E-Mail. Das sind bei uns jetzt biegbare, hohle, drei Meter lange und bei Wärme biegbare Elektroinstallationsrohre. Da kann man sicherlich auch andere Materialien verwenden, zum Beispiel lange Weidenrouten, könnte ich mir vorstellen, oder biegbare Metallstäbe. Da ist ja Kreativität gefragt. Die spannen wir als Bögen über das Hochbeet und dann kommt da ein Gemüseschutznetz drüber. Und so halten wir uns die Schädlinge vom Leib. Haben wir nun also unsere Jungpflanzen oder Steckzwiebeln in die Erde gesetzt und auch die Möhren ausgesät. Dann müssen wir in der weiteren Pflege natürlich darauf achten, dass wir sie möglichst beikrautfrei halten. Und bei den Möhren müssen wir unbedingt genau schauen, dass sie nicht zu eng sind. Also zwischendurch immer mit den Fingern mal in die Erde, mal fühlen und wenn es zu eng ist, auf jeden Fall rausnehmen. Die kann man auch direkt knabbern. Denn die Möhre braucht auch schon so ein bisschen Platz, dass sie sich gut entwickeln kann, dass sie schön wachsen kann. Und jetzt kommt es. Ab Juni, Juli können wir schon anfangen mit der Ernte. Das sind dann vielleicht die ersten zarten Möhren, aber die schmecken richtig gut. Und beim Sommerporee ist es genauso. Da können wir auch mit der Ernte Juni, Juli ungefähr anfangen. Gut zu wissen ist aber, Sommerporee ist nicht Winterporee. Vom Winterporee kennen wir das. Das sind große, dicke, lange Stangen. Der Sommerporee, der ist ein bisschen zarter. Das werden nicht so riesige Stangen. Die schmecken aber unheimlich gut. Allzu viel brauchen wir im Sommer nicht, weil wir mehr Lust auf Poree im Winter haben. Aber so ein bisschen Sommerporee dabei zu haben, ist eine feine Sache. Das schmeckt übrigens beides richtig gut in den Frühlings-, naja, oder eben auch in den Sommerrollen. Im Gegensatz zu den anderen Anbauplänen, die wir in den ersten Videos besprochen haben, haben wir jetzt hier nicht mehrere Anbauphasen. Ist aber nicht schlimm, denn wir können es trotzdem mehrfach nutzen. Fangen wir mal an mit den Möhren. Wenn wir die Möhren in unser Hochbeet aussehen, können wir hier auch direkt schon für eine Vielfalt sorgen. Allein bei uns im Kiosk findet ihr schon zwei verschiedene Sorten Möhren. Einmal die ganz normale, eher zarte Möhre, köstlich, oder eben auch eine dicke Möhre, die sich wunderbar eignet, wenn man zum Beispiel gerade Möhren raspeln möchte oder so. Da haben wir schon eine Vielfalt. Haben wir in unserem Hochbeet dann richtig viele Möhren ausgesät, die sind schön gewachsen und wir kamen vielleicht gar nicht so hinterher und haben gar nicht alles abernten können, ist das kein Problem. Denn wir können für den Winter unser Hochbeet richtig schön dick mulchen, zum Beispiel mit Stroh. Und da haben wir einen großen Vorteil, denn selbst an so richtig kalten Tagen können wir das Stroh zur Seite schieben. Darunter ist es in der Regel nicht gefroren und wir können die Möhren dann eben ernten. Wunderbar. So haben wir so eine Art Lager, könnte man sagen. Und da kommen wir auch schon zum zweiten Punkt. Denn wenn wir Streifen bzw. Reihen der Möhren abgeerntet haben und die sind frei, dann müssen wir nicht unbedingt was nachpflanzen, sondern wir können unser Hochbeet hier super als Lager nutzen und zwar für Gemüse, was wir einlagern wollen in einer Erdmiete. Also Steckrübe, zum Beispiel Sellerie oder auch Rote Beete. Damit wir das gut umsetzen können, buddeln wir in unserem Hochbeet den freien Bereich ein bisschen tiefer. Wichtig ist es dabei, nicht am Rand vom Hochbeet diese Flächen anzulegen, denn am Rand kommt natürlich eher Kälte und dann könnte es vielleicht doch mal einen Frostschaden geben. Also ein bisschen weiter in der Mitte, dann tief buddeln unsere Gemüseschätze, die Rote Beete, Sellerie oder auch Steckrübe oder eben auch die Möhren. Tiefer reinlegen, zubudeln, schön zumulchen und so habt ihr eine eigene Erdmiete und könnt euer Hochbeet noch weiter vielfältiger nutzen. Super, oder? Vielleicht denkt ihr ja gerade wie ich an unsere Mitbewohner, die Naga. Die gibt es natürlich auch und die wollen gerade im Winter unsere Gemüseschätze natürlich auch gerne essen. Kann man ja auch verstehen. Wir wollen unsere Schätze allerdings schützen und wenn ihr in eurem Hochbeet unten so ein vernünftiges stabiles Gitter mit eingearbeitet habt und das Hochbeet ist auch ein bisschen höher, also so wie unsere jetzt zum Beispiel, dann ist das in der Regel kein Problem. Solltet ihr kein Gitter unten eingearbeitet haben, dann müssen wir uns vielleicht eine Alternative überlegen. Wir könnten zum Beispiel buddeln, also eine Vertiefung einbuddeln, das Ganze mit einem ordentlichen Netz, einem Gitter auslegen und dann da drin unsere Gemüseschätze lagern. Wenn ihr eure Hochbeete in Anlehnung an unsere Pflanzideen bepflanzen möchtet und auch die gleichen Sorten verwenden wollt, dann schaut gerne mal bei uns im Kiosk vorbei. Unser Saatgut ist grundsätzlich biologisch und samenfest und wie ihr ja sehen könnt, das funktioniert auch richtig gut. Übrigens, wir haben auch Sets im Angebot, das heißt zum Beispiel in der Kategorie Wurzelgemüse oder auch in allen anderen könnt ihr zum Vorteilspreis das Saatgut aus der ganzen Kategorie zusammenbekommen. Auch beim Kohlgemüse, zum Beispiel Winterkohl, da ist es wichtig, dass wir im April und Mai schon dran denken, es auszusehen, damit es im Winter auch schön bunt im Garten ist und wir ordentlich ernten können. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung, für eure Einkäufe und für eure lieben Kommentaren und Bemerkungen. Dankeschön. Als zweite Variante für die Bestellung eures Hochbeets in Folgekultur haben wir noch eine andere Idee für euch und zwar erweitern wir da unsere, ja unsere Vielfalt an Wurzelgemüse, denn da kommen hinterher rein Schwarzwurzeln, Pastinaken und Haferwurzeln. Bei der ersten Variante hatten wir schon Wurzelgemüse dabei, die Möhren und hier ist vielleicht noch ganz gut zu wissen, die Möhren, also für die Möhren als auch für die Schwarzwurzeln, die Pastinaken und die Haferwurzeln müssen wir das Beet nicht extra aufdüngen und auch für Zwiebel als Mittelzehrer generell nicht. Solltet ihr aber euch vorhin für den Sommerporree entschieden haben, dann ist wichtig, dass wir für den als Starkzehrer vorher den Streifen, wo er angepflanzt wird, noch ein bisschen aufdüngen. Also entweder Klee-Dünger einarbeiten oder Kompost oder Bokashi-Depots. Also da müssen wir schauen, dass da noch ein bisschen mehr Nährstoffe ins Beet kommen. Bei dem Wurzelgemüse, was wir jetzt in dieser zweiten Idee anbauen möchten, brauchen wir das nicht. Die gelten als Mittelzehrer und hier haben wir eine, ja eigentlich eine wunderbare Komposition, denn die kann ganz, ganz, ganz den Winter über stehen bleiben und für mich ist es immer so ein bisschen Lager. Auch das wird dick abgemulzt und gerade für die Suppen im Winter ist es das perfekte Hochbeet. Aus der vorherigen Bepflanzung unserer Hochbeete stehen ja den Winter über jetzt entweder noch Winterporree drin oder Wintersalate wie der Feldsalat. Das heißt, unser Wurzelgemüse wird bei uns im April in Direktsaat ausgesät. Gerade bei der Pastinake ist da Geduld gefragt, das kann dann schon mal ein bisschen länger dauern. Wichtig ist es, die Aussaaten immer feucht zu halten und ein Auge drauf zu werfen. Wir bestellen unsere Hochbeete so, dass wir zwei Reihen von den Pastinaken drin haben, zwei Reihen von den Schwarzwurzeln und eine Reihe Haferwurzel kommt auch noch mit dabei. Vielleicht zum Vergleich, unsere Hochbeete, von denen ich jetzt hier spreche, die ihr auch in den Videos, in den Einblendungen jetzt seht, die sind drei Meter lang und 1,50 Meter breit. Damit wir später auch eine schöne Ernte einfahren können, gibt es noch ein paar Dinge, die wir beachten müssen. Das heißt zum einen, wenn wir sie ausgesät haben und sie keimen, dann müssen wir im weiteren Verlauf immer schauen, dass wir sie ausdünnen. Also, dass jede Wurzel genug Platz hat, sich schön auszubreiten, schön zu wachsen. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Dann müssen wir darauf achten, dass die Wasserversorgung regelmäßig und stetig bleibt. Denn, wenn unsere Wurzeln zwischendurch mal Trockenheitsstress haben, dann kann es durchaus passieren, dass sie nicht schön gleichmäßig wachsen, sondern sie können krumm werden, es können so Verformungen erscheinen. Da wäre es also wichtig, dass wir darauf achten, dass sie eine regelmäßige Wasserzufuhr hat. Da heißt es auch wie immer, Finger in die Erde und gucken, ob ich mein Beet gießen muss oder eben nicht. Daraus ergibt sich eigentlich auch schon der nächste Punkt, wo wir darauf achten müssen und das ist das Mulchen. Wenn wir unsere Erde bedecken, zum Beispiel mit klein gehäckseltem Stroh, dann achten wir darauf oder sorgen dafür, dass die Feuchtigkeit, das Wasser besser in der Erde verbleiben kann und den Beikrautdruck, den minimieren wir auf diese Art und Weise auch noch beiläufig. Der Anbau im Hochbeet hat jetzt hier noch mehr Vorteile. Zum einen, wenn wir das Gitter eingearbeitet haben, haben wir keine Schwierigkeiten mit Nagern, die auch ganz gerne an so leckeren Wurzeln knabbern möchten. Und zum anderen, wenn wir ein gutes Hochbeet haben mit einer lockeren Erde, dann haben unsere Wurzeln es natürlich viel leichter nach unten zu wurzeln, können lang werden, können dick werden, was ihnen vielleicht in festerer, schwererer Erde auf einem Beet auf dem Boden ein bisschen schwieriger fallen könnte. Und dann gibt es noch eine Geschichte in Sachen Schädlingen. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass wir bei Variante 1 die Möhren und die Zwiebeln zusammen anbauen, dass sie sich gut tun wegen den Möhren und Zwiebelfliegen, dass es bei uns aber nicht ausreicht. Der Druck ist hier zu hoch, deswegen packen wir da ein Gemüseschutznetz drüber. Und dann heißt es aber, dass die Möhrenfliege auch ganz gerne auf die Pastinaken sich da ganz wohl fühlt und auch auf Pastinaken geht. Unserer Erfahrung nach ist es hier jetzt nicht so. Das heißt, unsere Pastinaken wachsen gut, die haben da keinen Druck. Das bedeutet, dass wir uns das Gemüseschutznetz hier an dieser Stelle bei der zweiten Variante sparen können. Nachdem wir den Sommer über unsere Wurzelgemüsepflanzen so gehegt und gepflegt haben, ab Oktober, November, je nachdem wie das Jahr eben auch ist, können wir mit der Ernte endlich beginnen. Und was ich persönlich an diesem Hochbeet, an dieser Zusammenstellung so richtig, richtig schön finde, ist, das ganze Wurzelgemüse bleibt den ganzen Winter über bis ins Frühjahr drin. Wir mulchen das richtig dick ab mit Stroh, einfach aus dem Grund, damit wir an so kalten, frostigen Tagen trotzdem ernten können, das Stroh zur Seite schieben und das Wurzelgemüse rausholen. Mit Frost an sich haben die drei Kandidaten überhaupt gar kein Problem. Das heißt, sie sind absolut winterhart, da eignen sie sich super für. Und gerade hier, finde ich, spielt sich der Vorteil der Höhe bei einem Hochbeet richtig gut aus. Nicht nur, dass ich im Winter ganz gerne mit der Schere den Felssalat im Hochbeet ernte, nein, so eine Schwarzwurzel oder Pastinaken im Winter im Hochbeet zu ernten, ist sehr komfortabel. Wenn ihr das selber schon mal ausprobieren konntet, dann wisst ihr, wie schön das ist. Dadurch, dass die drei Wurzelgemüse im Hochbeet den Winter über drin bleiben, haben wir sowas wie eine Art, ja, Frischgemüselager, kann man schon im Endeffekt sagen. Das ist super praktisch. Und dadurch, dass wir auch nur eine Anbauphase haben, kann sich die Erde auch wieder regenerieren. Also es ist rundum für uns eine richtig gute Lösung. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Vorschlag sagt. Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Vielleicht habt ihr es ja auch sogar schon praktiziert. Und zum Schluss möchten wir noch auf eine Frage eingehen, die bei uns öfters ankommt. Muss ich die Erde oder wie oft muss ich die Erde im Hochbeet austauschen? Unserer Meinung nach muss man sie gar nicht austauschen. Was aber interessant ist, Hochbeete sacken ja irgendwie jedes Jahr weiter ab. Ist auch leicht erklärt, denn wenn wir so ein Hochbeet füllen, dann ist der untere Bereich meistens aus groberem Material. Das zersetzt sich, die Erde sackt ab. Und was machen wir? Wir füllen einfach wieder mit Komposterde auf und das funktioniert gut. Und bevor ihr euch wundert, wenn ihr das Video jetzt seht auf YouTube, wir haben es vorproduziert. Ihr seht ja schon, bei mir im Hintergrund liegt Schnee. Wir haben gerade März, wo wir das Video drehen. Ich hoffe aber, dass ihr, wenn ihr jetzt aus dem Fenster schaut bei euch, dass die Sonne scheint und der Frühling so richtig angekommen ist. Wenn euch unser Video jetzt hier mit den weiteren Folgepflanzideen gefallen hat, dann würde es uns freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt und eure Kommentare. Da freue ich mich auch immer drüber. Die lesen wir gerne, auch wenn wir es nicht immer schaffen, darauf zu antworten. Trotzdem vielen Dank für unseren Austausch hier. Vielleicht seid ihr neu bei uns auf dem Kanal. Dann erstmal herzlich willkommen und vielleicht möchtet ihr einen Blick reinwerfen in die Videos von den Hochbeet-Pflanzideen, von denen ich eben gesprochen habe. Oder vielleicht möchtet ihr einfach noch mal reinschauen, noch mal was nachschauen. Wir haben sie verlinkt. Einmal hier oben, Pflanzidee, Hochbeet ein Jahr lang Pflanzen hier oben. Und hier unten die andere Idee. Schaut einfach mal rein, lasst uns einen Daumen nach oben da und ich sage mal bis zum nächsten Mal.